Willkommen zu unserer ersten richtig klassischen, beinahe Up-to-Date-Kritik für dieses Jahr. Es ist Argyle, der neue Matthew-Waugh-Film. Bin ein mittelgroßer Fan von Matthew-Waugh-Film, falls Leuten dieser Name nichts sagt. Die Kingsman-Teile, falls man noch ein bisschen weiter zurückgehen möchte, die Kick-Ass-Sachen. Und ich habe bisher immer sehr, sehr gute Dinge zu sagen gehabt über Matthew-Waugh-Film. Also meine Meinung ist so, auch wenn dieser Weg natürlich noch nicht ganz klar ist, hat er wirklich, wirklich gute Chancen. So vor allem im Action-Film-Bereich, so der nächste, da werden mir Leute gleich den hier geben, so ein bisschen der nächste Guy Ritchie werden könnte. Sehr, sehr clevere Ideen, sehr, sehr cleverer, vor allem technischer Umgang mit Greenscreen und CGI-Elementen. Das ist, finde ich persönlich, was Matthew Vaughn auszeichnet, diese gewisse Cleverness-Action zu drehen, diese Dynamik, dieser Effet, der vor allem in der berühmt-berüchtigten Szene in Kingsman 1 zu tragen kam. Das ist ja praktisch so eine kleine Berühmtheit geworden, diese Szene in der Kirche, was diesen Film auch seinen Push gegeben hat. Und ich habe mich jetzt nicht beeinflussen lassen von den schlechten Kritiken, die dieser Film bekommen hat. Ich weiß, ich weiß, mir sind die Kritiken geläufig. Aber ich bin komplett kalt reingegangen in diesen Film. Und Leute bekommen auch weiterführend meine ungefilterte Meinung. Ich habe mir tatsächlich noch keine Reviews angehört oder angesehen oder durchgelesen. Mir ist bewusst, der Film hat schlechte Kritiken bekommen. Ich habe das wahrgenommen. Ich habe das in mich aufgesogen. Und darüber hinaus mich aber nicht informiert, was Leute jetzt explizit über diesen Film zu sagen haben. Und wir starten jetzt einfach in das Ding rein mit zwei großen Kritikpunkten, über die ich mich unterhalten möchte mit diesem Film. Kritikpunkt Nummer eins, was unbedingt objektiv anzumerken ist, meiner Meinung nach. Das Marketing des Films ist nicht nur nah dran, sondern, also selbst für mich, der Filmen ja einiges durchgehen lässt, überschreitet es eigentlich beinahe schon die Marge von False Advertisement. Dieser Fokus vor allem auf diese Szene mit Henry Cavill und seinem absolut amazing haircut und Dua Lipa sind die ersten acht Minuten des Films. Und danach war diese Charaktere nie mehr gesehen. Der Rest des Films ist wirklich beinahe exklusiv praktisch ein typischer, wir haben jetzt Twist und Turns und wir müssen jetzt vor den Bösen flüchten und hier und da dann doch uns ein Feuergefecht irgendwie liefern mit den Bösen. So Standard-Action-Drama, Drama in 20 Anführungsstrichen eben mit Bryce Dallas Howard und Sam Rockwell. Das ist letzten Endes 99 Prozent des Films. Man muss sich gar fragen, wofür diese Argyle, das ist ja das Buch, an dem diese Autorin schreibt, wofür diese Meta-Ebene überhaupt mit drin ist in diesem Film. Weil das Ding geht zweieinviertel Stunden und es wäre eventuell geholfen gewesen, dieses False Advertisement komplett zu streichen, diese ganzen Meta-Ebene zu streichen, den Film runterzudrücken und auf die halbwegs ordentlichen Action-Szenen zu fokussieren, die der Film hat. Denn so ist das Ding. Ich schließe mich tatsächlich den meisten Kritikern an. It's a mess. Ich weiß nicht, wie viele Leute die beiden Filme, die ich euch jetzt nennen werde, kennen. Einmal ein Will Ferrell-Film, der heißt Stranger Van Fiction. Ein wesentlich bekannterer Film. Hat da nicht sogar Nicolas Cage irgendwie sogar den Oscar dafür bekommen? Ich bin jetzt gerade unsicher, der heißt Adaptation. Das war so ein Nicolas Cage-Meryl-Street-Vehicle. Beides Filme, die sehr einer Farce ähneln. Ja, auch wenn Adaptation versucht, so eine gewisse ernstere, tragischere Meta-Ebene zu fahren. Trotz alledem sind beide praktisch eine direkte Farce. Die Charaktere verhalten sich entsprechend. Und es sind beides Filme, die eben so eine Meta-Ebene haben, dass du Charaktere hast, die schreibende Geschichte. Und diese Geschichte wird im Film dann praktisch Wirklichkeit. Oder sie beeinflussen das, was im Film passiert, auf andere Art und Weise. Ähm, das sind Filme, die gab es schon öfters. Dieser Film versucht, frag mich nicht warum, diese Meta-Ebene zu emulieren. Und was eventuell die peinlichste Fehlleistung von dem Ganzen ist, was mich am meisten mit solchen Glotzern hat dastehen lassen, wo ich sage, wie kann sowas passieren? Ich hab das Gefühl, dass Bryce Dallas Howard versteht, in was für einer Art von Film sie drin ist. Das war so mein, wie soll ich sagen, was ich von dem Film so weggenommen hab für mich. Ja, dass ich so, yeah, okay, okay. Sie versteht, dass sie in so einem Over-the-Top, ähm, wie gesagt, so Will Ferrell-Flick mit dabei ist. Ähm, ja, die Charaktere müssen schon ordentlich, äh, so tun, als, als es ordentlich reagieren gegenüber ihrer Situation. Oh, da kommen jetzt Leute und wollen mich umbringen. Aber du musst es Over-the-Top bringen. Du musst es Over-the-Top bringen, du musst ein Sympathien, ähm, so, so ein... Ja, das ist schwierig zu meistern, diese Ebene aus, ähm, echtem Drama und doch einer Farce. Bryce Dallas Howard schafft es auch nicht, äh, auf dieser Messerschneide zu wandeln. Aber sie versucht es zumindest. Sam Rockwell hingegen. Also, die zwei Charaktere, die ja eigentlich, äh, leben von ihrer Chemie, die sie haben sollte. Ähm, Sam Rockwell könnte nicht weiter daran vorbeischauspielern. Ich verstehe legitim nicht, was hier passiert ist. Sam Rockwell, auch hier nicht, dass er jetzt eine Oscar-Performance abliefern würde, in seinen Versuchen, das wirklich ernst zu porträtieren. Aber das ist, was er versucht. Er versucht es relativ normal ernst zu nehmen, die Situation, wie als würde alles wirklich Gravitation haben, ne? Ja, es würde alles wirklich ein Gewicht haben in dieser Geschichte. Und er ist jetzt der, er ist jetzt der ernste Superheld, der versucht es, Bryce Dallas Howard zu retten. Und auch reelles, äh, persönliches Interesse an ihr zu haben, ja? Und es ist, wusch. Es ist wirklich unglaublich, wie ein Film, der von der Chemie dieser beiden Figuren leben sollte. Wie, wie die so, so aneinander vorbeischauspielern. Ich glaube, ich habe seit langer, langer Zeit sowas nicht mehr gesehen. Es ist so strange und einer der absurdesten Aspekte dieses Films im Allgemeinen. Ähm, die Performances grundlegend sind sehr, ich weiß nicht, wie man das es nennt, das ist so unterwältigend. Ähm, es ist einfach irgendwie, keiner hatte wirklich eine Ahnung, so scheint es, was dieser Film letzten Endes werden würde. Und diese Ungewissheit der Performance spürst du in so gut wie allen Schauspielern. Was strange ist, weil einige dieser Schauspieler waren ja auch schon in anderen Matthew-Warn-Produkten. Ähm, und selbst die scheinen nicht so ganz zu kapieren, was sie hier ist. Sophia Botella hat beispielsweise eine Mini-Mini-Mini-Rolle in diesem Film. Sie macht eigentlich nicht wirklich was, aber sie ist mit dabei. Ähm, weil sie und Matthew-Warn halt vielleicht gute Kumpels sind oder was auch immer. Und auch da ist es so, warum ist sie mit dabei? Und sie scheint auch nicht wirklich zu wissen, warum sie jetzt mit dabei ist. Es ist so strange. Und nichts kommt zusammen in diesem Film. Ähm, wie gesagt, du hast diese Autorin. Ähm, darum geht es eigentlich in diesem Film, um jetzt wenigstens so ein bisschen die Hinführung zu diesem Twist zu erklären. Du hast diese Autorin und auf einmal, ähm, wird sie von echten Geheimagenten gejagt. Und es stellt sich heraus, dass praktisch, oh, es geht um dieses fünfte Buch, das sie noch nicht geschrieben hat. Und je mehr und je mehr sie dieses Buch schreibt, wofür Sam Rockwell ihr Inspirationen geben muss. Und je mehr und mehr sie dieses Buch schreibt, desto mehr und mehr praktisch, ähm, entwickelt sich diese Geschichte, äh, im realen Leben, also im Film. Und, ähm, Sam Rockwell als Agent kriegt Informationen, die er unbedingt braucht. Und wow, und das passt zusammen. Und es gibt tatsächlich eine Erklärung am Ende, wieso Bryce Dallas Howard die Geschichte schreiben kann. Und dann passiert sie wirklich. Ähm, es gibt tatsächlich eine Erklärung, die war jetzt gar nicht so schwachsinnig, wie ich erwartet hatte. Aber du fragst dich während der gesamten Laufzeit des Films. Wo ist der Fun? Ja, das ist ein Großteil des Films besteht aus Dialogen, die reine Exposition sind, zwischen Figuren, die komplett aneinander vorbeischauspielern und generell keine Chemie zusammen haben. Das ist locker 90 Prozent des Films. Und, ähm, nicht, dass es jetzt ein komplettes Desaster wäre, aber es bleibt zu hinterfragen, was ist im Kopf von Matthew Warren abgegangen? Und wie konnte diese Translation, diese Übersetzung, so schlecht verlaufen auf den Screen? Wo, wo, wo ist da irgendwie diese Mittelmasse gewesen, durch die das irgendwie durchgesiebt wurde, wo alles so falsch lief? Es ist, es ist wirklich so, so strange, weil, ähm, auch während dem Verlauf dieser Story, wie gesagt, eben einer dieser Aspekte ist, dass sie eben eine Autorin ist für total over the top, ähm, also hier erneut eine Farce, eine offensichtliche Farce. Ähm, es ist totaler Pulp-Schund, den sie zusammenschreibt, ähm, aber, oh, was sind die besten Agenten-Filme, Agenten-Stories, also die besten Agenten-Bücher, die je geschrieben wurde. Weißt du, das ist totale Pulp-Scheiße, die jeder Fünfjährige zusammenschreibt, aber, oh, sie ist eine der besten Autorinnen in diesem Genre. Eine totale Farce. Ja, und damit kann ich total leben, und, wie gesagt, und Bryce Dallas Howard hat auch versucht, dem gerecht zu werden, aber dann hast du diesen Plot, dass, oh, Sam Rockwell, der genauso over the top ist, wie in allen Matthew-Warn-Filmen. Versuch dir dann beizubringen, was es ist, oder was es heißt, ein richtiger Agent zu sein. Es ist, oh, nein, 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 ich komm, ich komm aus den Tom-Clancy-Büchern, meine Liebe. Und es ist so, what? Es ist, wie gesagt, diesem Film fehlt komplett diese Meta-Ebene, dass du eine gewisse Form von dramatischer Ernsthaftigkeit so reinziehen kannst in diese Story, die über der eigentlichen Farce steht, oder sich darunter verbirgt und hier und da so aufploppt. Und, oh, wow, der Film hat wirklich was zu sagen. Und es ist, es ist einfach nur Gobbledygook. Der ganze Film ist einfach nur Gobbledygook und du hast hier und da eine gute Action-Sequenz. Die End-Sequenz, die ich jetzt Leuten eventuell nicht spoilern möchte, die war richtig gut. Die finale Action-Sequenz, typisch Matthew Vaughn, total megadynamische Kamera, cleveres Setup für die Szene, in der das Ganze stattfindet, sehr, sehr clevere Arbeit mit Greenscreen, mit allgemeiner Überarbeitung der Stunt-People, dass sie dann zum Teil so ausschauen wie die echten Schauspieler und so. Da hat er wirklich relativ clevere Tricks drauf in dieser Richtung, die er auch schon in den vorherigen Filmen gezeigt hat. Und das funktioniert dann, ja, das, das, das Ende funktioniert. Aber, boy, oh, boy, dauert es zwei Stunden, bis du da endlich bist. Und es kommt nichts zusammen und ich geb dem Film eine 4 von 10. Er ist jetzt nicht das Oberdesaster. Ja, man kann sich das angucken im Notfall. Man kann mit hier und da ein paar Action-Szenen Spaß haben. Aber am Ende ist es einfach unterdurchschnittlich. Es ist einfach kein, ich hatte keinen Fun, also ich hatte keinen wirklich durchgehenden Fun mit diesem Film. Und ich könnte auch im Grundsatz ihn nicht weiterempfehlen. Es ist einfach, ich verstehe nicht, was war die Vision hier. Und es ist kein guter Anfang für dieses Jahr. Es ist kein guter Anfang für dieses Jahr, es ist kein guter Matthew Vaughn-Film. Ich würde sagen, es ist sein schlechtester bisher. Ich bin kein großer Fan von Kick-Ass. Aber das ist, würde ich sagen, sein schlechtester Film. Definitiv. Er hat mal einen Film gemacht, der hieß Stardust. Der war auch ziemlich, ziemlich furchtbar. Aber den habe ich schon seit so langer Zeit nicht mehr gesehen, dass ich mir kein Urteil mehr drüber erlauben kann. Aber das ist, finde ich, jetzt ein Tiefpunkt für Matthew Vaughn. Ich hoffe wirklich inständig, dass er aus diesem Tiefpunkt wieder rauskommt. Trotzdem kriegt er eine 4 von 10 für mich. Also ich finde, das möchte ich als letzten Satz noch dazu sagen. Ich finde schon, dass Leute jetzt ein bisschen zu hart ins Gericht gehen mit diesem Film. Also ich finde nicht, dass er jetzt die katastrophalen Verwertungen verdient hat, die er jetzt bekommt. Ich finde, 4 von 10 ist angemessen. Er ist unterdurchschnittlich. Man kann ihn sich im Notfall anschauen und sich die Zeit vertreiben. Ja, aber es ist jetzt definitiv nicht der Fun, den ich erwartet hatte. Definitiv nicht.